hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hubris für den pot hier ich habe schon wieder vergessen da war für den hier und für diese redstone soup brauchen wir drop of luck und die drop of luck braucht ein altar von mindestens 3000 habe uns mal schnell dieses buch gekraftet which is bruce und hier steht crafting drop of luck hier wartet mal 0 50 100 3000 und 1800 vor rituals 2520 okay guck mal hier 4200 aber na gut ist ja nur ein brau dings ja auf ungefähr 3000 das ist extrem viel für uns jetzt wir haben gerade mal hatte wir gucken mal schnell wir haben gerade mal 2697 also ja dann müssen wir halt noch ein bisschen machen kann man schnell schlafen und dann machen wir uns hier dieses diese durch hier heißt der arkana dings was heute kann man auch gleich gucken den hier arthana emerald zwei gold nuggets gold ingot und ein stück da lang sonst die barren 12 und ein emerald dann haben wir den schon mal so gut die quest haben wir das kann weg kommt hier rein die rüstung hatte ich jetzt mit hier reingemacht haben wir sind da nur zwei zwei emerald gold gold discount okay gut ihr könnt hier erst mal rein du bist farmcraft hier und hier das ist ja noch eine gold hose und gold schuhe okay so ist hier noch irgendwas interessantes erst mal nicht so den können wir glaube ich auch einfach auf einem altar legen und als nächstes wollte ich uns einen hobgoblins spawnen dafür brauchen wir diamanten zwei drei vier fünf sechs und mit zwei diamanten ja zwei diamanten okay zwei diamanten und ein pein so hallo so müssen wir den richtig spawnen oder reicht das das reicht wie das war's und dafür kriegen wir jetzt nichts okay naja wenigstens haben wir weiß nicht ob ich den jetzt schon spawnen will wir können es auch eine leine machen ich glaube den kann man an clubs anleihen einem slimeball gott led war led ja und vier strings wir haben glaube ich keine strings oder doch genau vier so zwei und dann spawnen wir dich mal hallo bleib mal bitte hier mister komm zurück hallo oder komm hier rein dann bleibst du kommst du rein ja warte mal kann ich dich ab wann kann man mit dir traden das weiß ich gar nicht aber powerst du den alter auch nö aber du hast immer so ihr habt warte guck mal hier oben nugget aber ich kann gar nicht mit dir warte ich glaube wir müssen dir eine spitzhacke hin schmeißen und dann ähm baut er für uns hier dieses zeug ab dieses ähm goblin zeug wir können gleich mal alles durchbraten das flicht haben das kommt hier rein haben wir noch zufällig irgendwo eine spitzhacke ja hier perfekt schmeißen wir ihnen die mal hin wir sehen ob es funktioniert hallo goblin hier nimmer wow mehr machst du nicht hast dir aber richtig mühe gegeben doch nee nicht bis verrückt lasst es blöd bist du dumm komm her ne sommer komm mal hier her mach mal hier was ähm kann ich kann brauch nur nen taun nein 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 lass den altar in ruhe komm mit da da ups wo bist du da nein nein geh da weg komm her komm her hier hier und jetzt bleibst du hier perfekt jetzt brauchen wir noch einen goblin der die sachen aufsammelt und in eine truhe packt ich glaube das ging auch so wartet mal wartet mal hier drüben ist zur bestimmten von goblin da ist ein creeper warte mal hier lang hier waren doch immer goblins zumindest war hier eine coven witch ähm oder wir haben wir genug eisen und diamanten haben wir auch genug ich glaube dann sollten wir uns eins bauen ich sehe jetzt nämlich keinen ja dann lasst uns mal eins bauen dann müssen wir kontrollieren nicht dass der hier scheiße baut ne ok ist alles ok gut dann wollen wir uns noch ein ähm unser eisen dann ja diamanten haben wir erstmal genug ähm zwei diamanten und ein ei so so achso kein dinkers construct eine kiste noch bleib hier bleib hier was machst du jetzt genau du hebst auf nein verdammt das was 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 tradest du ups verdammt eine kiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Nee, fast so. Und noch ein Stück Zaun. Haben wir noch. Nee. So. Du, komm her. Hierhin. Geht das nicht? Doch. So. Und dir stelle ich eine Kiste hin. Genau. Ups. So funktioniert das. Du, wenn du das jetzt abhaust. Nee, okay. Ich dachte schon, du haust jetzt das ab. Hier, dein Soundstück. Warte mal. Was muss ich dir geben? 9 für... Wieso kann ich nicht mit dir... Oh. Sorry. Ah, hier ist ein bisschen ungünstig. Warte mal, wir holen uns... ...die von hier drüben, weil die hat hier sowieso keinen Sinn. Und dann packen wir die dahin. Hier drauf. Hier drauf. So. Genau. Macht mal, Freunde. Macht mal. Ich mach euch noch... Nee, den Baum will ich nicht wegmachen erst mal. So, perfekt. Dann gehen wir was essen. Ich hatte ich nicht Kartoffeln irgendwo... Ach, ich hab's bestimmt hier im Invent. Nee, ich will mein Reis essen. Curry Reis. So. Was sagt das Buch? WeChat war sau teuer. Was ist das hier? Targed Stone. Ich glaub hier, bei diesen Dingern muss ich mir... Pentacle. Das glaub ich nicht so schlimm. Pentacle. Pentacle. Hast du nicht falsch geschrieben? Ach, gepennt. Die Hose. Ach du heilige. Okay. Okay. Eine Puppe. Die sind doof. Gut, dann guck ich mir mal an. Wie das so alles funktioniert. Die ganzen Rituale. Wie ist denn eigentlich unser... Haben wir da irgendwas draufgelegt? Nee, war... Wie können wir da noch powern? Ich bräuchte ein Drachenei oder so. Drachenei wär cool. Na, ich guck mir mal an. Was man noch alles so braucht. Wo ist der Zweite? Da. Okay. Ich guck mir an, wie die Rituale funktionieren. Und derweil können wir dann schon mal anfangen oder weitermachen mit... Genau. Ich wollte mir mal ein Spellbook machen. Da. Wir schon drei Zaubersprüche haben. Und es kommen ja dann immer mehr. Dann haben wir die in einem Buch. Und das können wir, glaube ich, auch soulbinden. Wenn ich mich nicht irre. Ja, apropos Zauber. Ach, Quark, so weint. Spellbook. Spell. Da ist es. Aber ich gehe trotzdem mal schnell schlafen. Die Blitze gehen mir auf den Sack. So. Spellbook. Arkin. Gain the power of the Magi. Magi of Old. Ich guck mir auf. Wenn du dich nicht mehr schlafen kannst. Das ist das hier, welches soulbond ist. Wie geht das? Okay, wir machen erstmal Spellbook zwei. Wir haben kein String. Ähm. Einkriegen wir da raus. Drei. Zwei brauchten wir nur. Oder drei. Drei. Haben wir. So. Dann kommst du da raus. Papier. Und so. Feuer ins dritte. Dick. Und jump zwei. So. Und wie war das jetzt? Das war sneaken und genau. Sneaken und scrollen. Was denn da oben verdeckt? Achso, ja. Aber ist nicht so schlimm. So. Wir haben auch gleich mein Level ab. Dann können wir auch mal gleich gucken, was wir vielleicht sogar als nächstes machen. Ich habe, glaube ich, hier, warte mal, irgendwas geskillt. Ähm, hier, genau. Regen und Heal. Shrink. Okay. Den machen wir auf jeden Fall. Also Regen und Heal. So ein Zauber machen wir. Und hier, Light, Feathertouch, Placeport, Glock. Vielleicht irgendwas. Dann mal Slow. Swift. Irgendwas zum Angriff. Lightning. Und was ist das hier? Magic. Frost. Drown. Knockback, Freeze. Blind. Ich glaube, wir gehen, wenn dann, hier irgendwie lang. Lightning ist okay. Erstmal. Talents. Hätten wir auch mal was geben können. Color. Affinity Gains. Augmented Cast. Extra Summon. Okay, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter mit ein bisschen Asmagica und neue Zauber sprechen. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Ich würde sagen, bis dahin.